Mein Name ist Jan Lukowczyk. Ich bin einer von zwei Vorständen der Serumwerk Bernburg AG. Serumwerk Bernburg AG ist ein pharmazeutisches Unternehmen, über 60 Jahre alt, produziert Arzneimittel, Medizinprodukte, Wirkstoffe, einige Kosmetika. Umsatz immer zwischen 16 und 70 Millionen Euro in der Größenordnung, Jahresumsatz. Wir arbeiten seit anderthalb Jahren mit Expense Reduction Analysts zusammen und die Gründe waren letztlich die, dass Expense Reduction Analysts die Analysen macht in bestimmten Bereichen. Wir haben natürlich verschiedene Bereiche ausgewählt, die nicht unsere explizierten Kernbereiche sind. Also Dinge, wo man nicht ganz so oft hingeguckt für uns sekundäre Bereiche. Das ist zum einen Frachtkosten, Packmittel, Verpackungen, dann Druckprojekte, sowohl die Broschüren als auch Etiketten, Versandfallschachteln und so weiter und auch Entsorgung. Und wir befinden uns momentan auch in einer sehr starken Investitionsphase. Wir bauen eine weitere Fabrik hier auf dem Gelände für eine neue Abteilung für großvolumige Beutel. Wir erweitern zwei Produktionsabteilungen und da fallen dann vielleicht diese Randbereiche ein bisschen herunter. Das wollten wir aber nicht. Und deswegen haben wir uns externe Hilfe gesucht und die auch in Expense Reduction Analysts gefunden. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, diese erfolgsabhängige Variante, dass wir erstmal keine primären Kosten haben, sondern dass sich die Kosten sozusagen entsprechend der Einsparungen über diese Vertragslaufzeit dann ergibt. Die Nachhaltigkeit bei diesen Projekten und dass das auch in den ersten ein, zwei Jahren von Expense Reduction Analysts begleitet wird, ist uns sehr wichtig, dass wir sehen, dass es also nicht nur einen Einmaleffekt hat, der vielleicht kurz auflagert, sondern auch in Verdauer ist. Wenn es mal ein Problem gibt, was es auch mal gab, dann wird eben mal ein Meeting mehr gemacht und dann konnten die Sachen ausgeräumt werden. Letztlich kriegt man dadurch auch eine sehr gute Schulung hin für die Mitarbeiter. Also das kann man ja so sagen, als könnte man die ehrliche Schulung sehen, wie mit diesen Dingen umzugehen ist. Und deswegen kann ich das durchaus empfehlen, dass die Kollegen vor Ort in der Firma durch die Kollegen von den Expense Reduction Analysts dann auch letztlich geschult werden, wie man solche Sachen auch professioneller angeht.